Für Sarah Kulka 31 ist heute ein schwerer Tag. Vor genau einem Jahr erschütterte eine schreckliche Tragödie ganz Deutschland, das Model Kasia Lenhardt, römisches Kreuz 25, nahm sich das Leben. Die Influencerin wurde nur 25 Jahre alt. Für ihre Freundin Sarah war das ein schwerer Schock, die beiden Frauen wurden durch ihre gemeinsame Germany's Next Topmodel-Teilnahme 2012 enge Freundinnen. Heute an Kasia's erstem Todestag, gedenkt Sarah der Verstorbenen. Auf Instagram teilte die Blondine ein Foto ihrer Freundin und teilte dazu einen emotionalen Beitrag, indem sie den furchtbaren Moment beschrieb, indem sie von Kasia's Tod erfuhr. Außerdem widmete sie der Mutter eines Sohnes liebevolle Worte, Kasia war ein unglaublich toller Mensch. Sie war die Freundin, mit der man ein Jahr nicht gesprochen hat, aber sobald wir uns hörten, war es als ob wir täglich Kontakt hätten. Aber auch nach ihrem Tod wird Kasia in den Herzen ihrer Familie und ihrem Herzen weiterleben, wie Sarah mehr als deutlich machte. Ich werde dich nicht vergessen, Kasia. Und so viele andere Menschen auch nicht, schrieb die Beauty weiter.